So, jetzt gucken wir hier noch ein Röntgen rein. Lucky V, volles Programm heute hier. Können wir uns mal so richtig austoben. Bisschen Taschengeld haben wir ja. Jetzt muss er nur noch was rausrücken. Junge, sagt er ja nicht. Die Nase ist schon voll oder wie? Jetzt ist er gerade mal warm. Oh, es kommt schon. Boah, ist doch nicht dein Ernst. Hallo, wir werden mal mit ein paar Power Spins. Lobe ich spinne. Ne, es ist ja rüber. Zwei, wie süß. Na. Na. Was machst du denn? Das ist doch Käse ist doch nicht. Ja, sie haben ein paar Brillis hier. Ein paar dicke Fette. Ja. 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 Die sind ja schon nicht schlecht. Könnten nur ein paar mehr sein. Aus 30 €. Ja. 30 €. Geil. Echt geil. Aus 30 macht 6. Mega. Schafft doch alles nicht. Oh Steinchen, los! Ach, Schadammer. Übel. Denn nicht. Wieder nur so ein paar, Mann, was soll ich denn mit Ehen? Nein, 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 nein. Ja, das sieht schon freundlicher aus. Alter Schwede, das war ja eine schwere Geburt. Siebzehn, die gucken wir uns an. Oh, 1200 Kröten müssen wir haben. Alter, wie geizig. Oh, das ist ja mal gut. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das Geschäft hier. Da waren es noch sieben. Los, grün, grün, grün. Die haben wir aber immer weniger. Läuft nicht. Oh ja, eins wehen hier, irgendwann steigern wir uns wieder. Los, letzter Versuch hier. Wechseln das Spiel nochmal, macht keinen Sinn hier. Die Lücke hättest du aber schließen können. Kann nicht sein, kann nicht sein. So, nun haben wir es ja sicherlich geschafft. Ja, so hab ich mir das vorgestellt. Jut, Feierabend ihr Lieben. Ich spiel noch was anderes, haut rein, machts gut. Jut.